So, ich melde mich nochmal ganz kurz zurück, denn ich habe ja vorhin ein Video hochgeladen. Ich banne einen Zuschauer wegen Fehlverhalten. Das scheint schon etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, denn nach kurzer Zeit jetzt schon über die 300er Grenze. Das ist sehr schön. Übrigens warte ich gerade eigentlich auf einen 5er Raid, aber ihr seht in ganz Hibu ist einfach mal nichts. Bis auf hier oben, was ist das? Großes Wandbild am Goldbach in 23 Minuten. Das ist mir jetzt zu weit, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe jetzt hier mein Handybildschirm eingeblendet. Ihr seht das hier unten, was sich da bewegt. Denn ich habe ja gesagt, ich werde dem Platz einen Zuschauer geben. Jetzt haben mich ein paar angeschrieben und haben gefragt, wer bekommt denn den Platz, wer bekommt den Platz. Deswegen habe ich gedacht, mache ich noch ein kleines Update-Video dazu. Ich banne einen Zuschauer wegen Fehlverhalten und vergebe jetzt den neuen Platz. Als kleines Update noch zum letzten Video. Wie gesagt, Royal Cryptox. Ich habe ihn aus meiner Freundschaftsliste entfernt. Ich habe mir vorher noch die Punkte abgeholt. Ich kann es nicht verstehen, wie man so drauf sein kann. Und das Lustige ist, er ist ja vorher irgendwie selber aus den Gruppen raus. Aber wir haben uns schon gedacht, er wird sowieso wieder reinkommen. Und er kam auch wieder rein. Und diesmal hat er sich nicht Ramon Hess genannt. Diesmal hat er sich einfach Michast genannt. Weil Michast mit ihm zuletzt in der Gruppe Kontakt hatte. Und ihm gesagt hat, wie scheiße das ist. Also hat er jetzt einfach den Michast-Account gefakt. Ist als Michast wieder in die Gruppe rein. Und wollte als Michast da agieren. Als er dann aber seinen Namen geändert hat. Denn auch bei Michast war nichts dahinter. Und Michast hatte ich mittlerweile auch zum Admin ernannt. Weil der immer so ein gutes Auge drauf hat. Und dann ist das auch auffällig gewesen, dass ein zweiter Michast da ist. Ohne Admin-Status. Und einfach nur als Zuschauer. Er hat seinen Namen sogar dann schon wieder von Michast in Royal Cryptox umgeändert. Den habe ich dann da auch wieder raus. Und wir haben schon ein paar auch geschrieben. Sie haben ihn auch entfernt. Wie gesagt, ihr müsst ihn ja nicht entfernen aus eurer Freundschaftsliste. Wenn ihr mit dem kein Problem habt und da leveln könnt und so weiter. Macht das ruhig. Aber ich möchte ihm auf jeden Fall... Weiß ich nicht. Ich brauche den nicht mehr. Und jetzt habe ich mal geguckt. Hier die Kommentare. Wir haben jetzt aktuell... 30 Kommentare. Hier nach Top-Kommentaren sortiert. Ich wollte das aber so machen. Nach neuesten zuerst. Wenn wir die neuesten zuerst haben. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Hier. Philips. Okay. Ich heiße Laugenbroden. Ich warte schon ewig auf diese Gelegenheit. Würde mich freuen. Oh. Laugenbroden liest man auf jeden Fall auch oft. Hier sind jetzt viele Leute drin, die ich öfter sehe und ein bisschen Bezug dazu habe. Hier, Ludinho war ja auch schon ein bester Freund. Ist dann wegen Inaktivität rausgeflogen. Hat seitdem gesagt, joa, kann ich wieder rein. Hab seitdem immer keinen Platz gehabt. Musste dann immer gucken. Aber weil ich ja gesagt habe, der Erste, der seinen Trainer-Code reinschickt und das passt, der kann dann hier der Black Conda... Ne, wo war er? Hier, Black Fire. Wäre es in Ordnung, wenn ich ein paar von hier adde? Natürlich. Dafür ist das ja auch da. Ihr könnt also gerne, wenn ihr hier Leute seht, welche davon adden. Das sind hier aus der Community die Leute. Vielleicht schreibt Royer Cryptox seinen Trainer-Account auch nochmal rein. Dann könnt ihr den auch mit adden. Ich bin aber bis runter und hab gesehen, was steht hier unten. Official Lewis, was für Eier. Ach, Eier im Spiel. Ich dachte, wie du Eier isst. Also in die Pfanne Eier machst du dann so isst. Und der Erste, der hier schreibt, ist der Suchti. Hey Ramse, es würde gerne in deine Freundesliste. In-Game-Name Dean, wie Dean Ambrose. Freundescode, PS, nices Video. Den probieren wir jetzt mal aus. Obwohl, es steht ja alles da. Der In-Game-Name und der Trainer-Code. Und weil das der Erste war, der bei diesem Video seinen Trainer-Code hinterlassen hat, werde ich den jetzt adden. Wenn das gut geht. Gucken mal. So. Hier übrigens seht ihr nochmal meinen Trainer-Code. Wenn ich hier draufgehe. Ne, da nicht. Auf Reune hinzufügen. Da seht ihr nochmal meinen Trainer-Code. Aber meinen Trainer-Code seht ihr auch unter jedem Video. In der Beschreibung. Einfach mal in die Beschreibung gucken. Da auch die Links, wie gesagt, zu Discord. Da die Links zu Telegram, zur Raid-Gruppe, zur Fan-Gruppe, wo man chatten kann. Wir tippen das jetzt mal hier ein. 3, 4, 9, 1, 3, 3, 4, 4, 16, 41. Wir adden mal. So. Und Dean hat eine Anfrage bekommen. Der kann die jetzt annehmen. Ich adde ja eigentlich so gut wie nie. Leute. Aber das ist jetzt mal was ganz Besonderes. Ich hab den Dean also geedit. Und seid nicht traurig, wenn ihr gerne reinkommen wolltet, aber es jetzt nicht geschafft habt. Denn ihr habt ja trotzdem alle eure Codes hier hinterlassen. Ihr habt eure In-Game-Namen hinterlassen. Und weil ich ja sonst immer aus der Liste oben welche annehme. Und dann immer gar nicht weiß, wer die sind. Und die dann relativ schnell wieder rausfliegen. Kann ich ja in nächster Zeit, wenn ich mal wieder mehrere Plätze hab. statt 5 einfach anzunehmen, 4 annehmen und einen selber adden. Den ich mir dann hier aus dem Kommentarbereich bei dem Video raussuchen kann. Da sind nämlich etliche dabei, die man oft liest vom Namen her, vom In-Game-Namen. Und deswegen ruhig da mal noch ein paar adden kann. Hier ist Simix, Simnix, keine Ahnung. Ist ja auch sehr oft vertreten, auch in den Livestreams. Auch so unter den Videos im Kommentarbereich. Ich hab gedacht, ich hab den eigentlich. Aber irgendwie hab ich den immer nur auf den kleinen Accounts für Rates mal geedit. Oder, ja, ihr seht, da stehen noch etliche drin. Ludinho kann dann vielleicht auch wieder reinkommen auf die Art und Weise. Vielleicht ist der Freundschaftsstatus dann schon erlöscht. Erloschen? Dann können wir neu leveln. Laugenbroten wäre auch so ein Kandidat, den ich dann mal adden würde, wenn ich wieder mehr Platz hab. Aber, ihr seht, der Ramses, der hält auf jeden Fall sein Wort. Ich hab gesagt, der Erste, der da hier, der kriegt den Platz. Der Dean, den hab ich jetzt geedit. Er freut sich bestimmt gleich. Grüße gehen raus an den Dean. Und, ja, bleibt einfach stabil. Macht keinen Scheiß. Lasst uns alle an einem Strang ziehen, wie auch immer. Das war's von meiner Seite aus schon wieder. Ich habe von Kanal Phänomenal die Windbeutel-Challenge probiert. 50 Windbeutel in 5 Minuten. Das Video exportiert gerade. Das sieht man vielleicht hier. Das exportiert gerade. Das werde ich auf jeden Fall heute Nachmittag, spätestens Abend, noch rausballern. Habt da schöne Sonntagsunterhaltung auf jeden Fall. Jetzt dieses kleine Update-Video dazu. Und morgen ist dann schon wieder chill mit Ramses. Dann wieder die Spotlightstunde am Dienstag, die Raidmania am Mittwoch. Es geht auf jeden Fall immer weiter. Es geht gut ab. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.